Gibt's noch Fragen? Daniel? Herr Fachler, ich versteh das nicht ganz. Alter, bist du dumm eigentlich? In deiner Schule muss man eh alles inreißen. Siehst du nicht mehr einfach, wie das ist? Lass dich Dani in Ruhe! Lass dich in Ruhe! Hat nichts getan! Ich hab gar nichts getan! Lass mich in Ruhe! Was hab ich denn getan? Pass bitte leise, ich will lernen! Kevin, halt die Klappe! Hey, Ruhe! Du kannst nicht ausreiten, Dani! Okay, jeder verstand? Nein, was ist alles gescheit? Das ist dein Leben mehr! Ey, Leute, was soll denn das? Silbo! 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 Was braucht mir zuhaut? Den Kuhn ist in der Todelohrfurt! Das ist jetzt scheiße! Das braucht man hier wieder in Ruhe! Wie kehrt der Scheiß? Daniel, nicht solche Kraftausdrücke! Was? 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 Ja, tschau! Ja, tschau! Wer sind? Du bist die Klappe! Danke! Aber wir sicher nicht. Mir juckt sie überhaupt nicht. Es ist so süß, das letzte Junge. Was braucht man denn? Ja, du warst mal. Wieder runter, grüß dich! Was meint ihr eigentlich? So was tut man nicht. Man kann nicht einfach ein Schüler mobben. Ich hab jetzt alle aufgeschrieben und ich krieg jetzt eure Eintragung. Aber wir wollen das doch gar nicht. Ja, genau. Er hat sich ja nicht einmal gewehrt. Er wollte gemobbt werden. Ja. Ja, das geht einfach nicht. Das kann man nicht tun. Oh, das ist so leid. Wir holen euch da nicht schon wieder. Was will dich? Bringen wir es hinter uns. Ja. Was meint ihr eigentlich? Ihr könnt doch nicht einfach dir einen Lehrer aufhauen. denn sein Nasen ist gebrochen. Und das ist nur ein Zufall seiner wichtigen Klausur. Hört auf zu lachen, das ist nicht witzig. Die Tür ist mir allein zugefallen. Gewiss juckt ja eh keinen. Er lebt ja eh noch. Ja, sagst du mal, spinnt das eigentlich? Ich hab das jetzt alles dokumentiert und ihr kriegt eure Eintragung. Wow! Scheiße, wir sind so Arsch, ey. Irgendwie den Walschmück gegen die Wendwerke. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich hoffe, dass es auf die Haushaltsversicherung geht. Aber es ist eine Haushaltsversicherung. Was ist anders? Ja, aber... Tschüss. Morgen! Morgen! Kili und Christian mitkommen. Aber so gut. Ihr schreibt dabei Seite 3 auf alles. Und ich will keine Wuchs hören. Aussie jetzt! 2.000 Jahre später. So, was ist da los? Seid ihr schon fertig? Ja. Immer gewissen. Und auch. Außer mit den Stiftungen und allem. Jetzt los! Ja, genau. Der Haftvergessen. Der Haftvergessen. Der Haftvergessen. Dein Haftvergessen. Dein Haftvergessen?! Ich bin ja zufälligemal zu beweisen, dass du keinen Haftvergessen hast. Ich hoffe, du bist... Ja. Wir halten. Ich weiß nicht, wie ich den immer auf die Krusche geholt habe... Ja, aber wie ich den auf die Leute habe ich geschuft. Aber das will nicht immer so gut sein. Ja, ich habe nichts. Schau, wir werden jetzt mal rum. Oh, warte. Was hab ich da schon wieder gehört? Nix weiß! Nix weiß! Nix weiß! Nix von mir! Ja, ich hab mal schon wieder von euch gehört, der Maastricht liegt im Krankenhaus! Was? Das war der Däpfle, ich schwöre! Jetzt mal aussehen! Nein, wieso? Aussehen! Wieso? Ich hab grad aufstehen, hab ich gesagt! Hallo! Oh, du musst dir wohl nicht, dahin Eeeey, wo ist es? 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 Ey, Leute, wir müssen einen Film drehen. Nein! Wieso? Das wird jetzt sozusagen schauen, man muss. Das war eure Idee. Wenn das in unserer alten Säge da zusammen... Ja. Vielleicht nicht so an. Es gibt Schlimmeres, oder? Es gibt Schlimmeres! Let's go! Wow! So fast! Woo! My cool, man. Wake you up! Beside you, I'm a Lord of God. I can't contain you. Beside you, I'm a Lord of God. I can't contain this anymore. I'm all yours, I got no control. No control, powerless. And I don't care, it's obvious. I just can't get enough of you. The petals down my eyes are closed. No control. No. Yeah, it was soええ night was so good. I'm a mother-in-law. It was solichisier,